Willkommen zur Glow, hier in Essen. Die ersten Leute warten schon und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Let's go! Willkommen auf der Glow 2022. Hey Leute, hier ist eure Sarah. Hi, mein Name ist 242. Sieht toll aus Essen, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt nie Vertrieben für Spaß hier auf der Glow. Hey Leute, ich bin hier in der Meet & Greet Area gekommen. Ich sehe schon so ein paar Leute. Wir schauen gleich mal, wer sich hier alles so rumtreibt. Mein Highlight ist auf jeden Fall, dass man wieder alle Leute sehen kann. Die Stimmung ist schon mega gut. Du bist Miss Germany, wie geil ist das bitte? Hi, ich bin Trixie, ich bin so aufgeregt und freue mich auf euch. Es ist mega schön hier, es ist so nice, die ganzen Stände. Ich freue mich sehr dieses Jahr auf der Glow mit dabei zu sein. Ich liebe die Glow, ich liebe es, weil man immer wieder mit den Followern connecten kann. Man sieht sie immer wieder. Ich wünsche euch super viel Spaß auf der Glow. Ich habe das Erkältungsbad für die Dusche erfunden. Ein Applaus an der! Ich freue mich immer auf die Glow. Das finde ich total krass. Ich freue mich immer auf die Glow. Das finde ich total krass. Das ist doch voll cool, die Welt ist groß. Wir wollen uns den tollen Montes angucken gleich. Ich bin auf jeden Fall sehr geil extra aus Berlin hergekommen. Ich habe wirklich alles mögliche gesehen. Mein Highlight heute war eindeutig die Goodiebag. Hat sich gelohnt. Jetzt haben wir einiges abgestoppt. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Ich habe richtig viele Influencer getroffen. Ich habe mich ewig mit denen unterhalten. Das war immer so goldig. Das war die Glow. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viele Leute heute gesehen, sehr viele Stände. Es hat sehr viel Abwechslung gegeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Bye! Tschüss!